Oh, FIFA ist ein geiles Spiel, let's go, Alter! AAAAAAAA! Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Jack und willkommen auf meinem Kanal. Freunde, ja Freunde, heute gibt es wieder SBB und zwar Cavani haben wir hier am Start von Paris. Ja, ich drehe natürlich nicht allein und zwar, ich habe meine Freunde wieder dabei. Was geht ab ohne FIFA? Hallöchen, grüß dich! Hallo! Na? Alter, es ist so warm in Berlin. Jungs, Alter. Was geht ab? Ich schwitze, ich schwitze, unnormal, das ist nicht mehr witzig, ne? Ich habe zum ersten Mal ein Handtuch rausgeholt, ich laufe jetzt immer mit Handtuch rum. Ich habe ein T-Shirt und ich habe noch mein Käppi, ich weiß nicht, warum ich ein Käppi anhabe, es ist unglaublich warm hier. Für die Coolness. Genau, genau. Naja, Jungs und Mädels, wie gesagt, heute um Cavani hier. Ja, SBB, ist glaube ich das erste Mal, dass wir ein SBB gegeneinander machen, oder? Ne. Ne, doch, sonst haben wir immer noch ein Packquartett. Ne, eins hatten wir schon, SBB. Ne, eins hatten wir schon. Echt? Ja, okay, gut. Ja, ist warm, ich darf doch. Passiert, passiert, nicht so schlimm. Wollte ich noch was sagen, ansonsten können wir direkt anfangen, Jungs. Wir haben Bock, ja, also let's fett. Noch was natürlich, wir haben auch ein Video bei All in FIFA gedreht. Ja, checkt uns doch mal auf jeden Fall mal aus und den Videoschreiben ist es verlinkt. Liken, abonnieren nicht vergessen. Ja, dann fangen wir an. So, meine Freunde, ich halte mal hier rein. So, ihr habt die 4, 3, 2, 1 Aufstellung. 1, 2. Korrekt. Und wir fangen an mit dem linken Stürmer, weil das ist der einzige, den ich noch im Kopf hatte. Und zwar, wir haben eine TOTS-Karte, ja, und zwar, ich glaube, TOTS-Moment müsste das sein. Und zwar von Dembele. Genau, von Olympique Lyon und dazu noch ganz entspannt den Perfect Link mit Fekir. Ja, Fekir, ja, verstehe ich. Aber ich habe Tawar und Samson aufgeschrieben, Jungs, also ihr könnt einfach mal behalten erstmal. Wuh, easy, ja, easy. Ist schon gut. Wir machen mal direkt weiter mit, äh, links außen. Und zwar, da heißt einfach mal so Bamba, ja, eine TOTS-Karte. Krasser Name. So, ich habe an Jonathan Bamba und dann auf der rechten Seite habe ich Pepe. Also, wir hatten, Pepe haben wir diskutiert, wollten wir erst nehmen, haben wir nicht. Da haben wir Mbappé. Und links haben wir die Mamba, nämlich Bamba. Wie, ihr habt Mamba? Ja, klar, sieht geil aus, die Karte. Ach, du Scheiße, Dika. Da kannst du mal, gekonnt, schon mal einen Torwart reinstellen. Ey, ich dachte, die sind jetzt hier Neymar oder so, ne? So, Jungs, also wir machen direkt weiter und zwar die drei Positionen hier, ZN. So, Jungs, äh, weiter geht's. Mittelfeld ist am Start. Äh, diesmal halten wir zuerst rein. So, erstmal auf der rechten Seite, den habe ich heute gezogen. Und zwar Thiago Mendes, der hat eine heftige Karte. Und dann habe ich eine Eiken am Start. Und zwar einer meiner Lieblingsspieler. Und zwar, Jungs, Patrick Vieira, eine 90er-Karte. Und auf der linken Seite habe ich von Olympique Lyon, Fikir. Yes, y'all! Also, ich habe, glaube ich, das Gefühl, wir müssen heute mal auf mich hören, Claudio. Scheinbar, ne? Äh, ich habe zwei davon gesagt, äh, aber eine haben wir auf jeden Fall immer noch drinnen. Und das ist Fiera. Fiera. Ansonsten hatten wir Savanye, oder wie der ausgesprochen wird. Und, ähm, was hatten wir noch? Verratti. Verratti. Naja, ich halte mal rein dann. Okay, also, wir gehen auf der linken Seite, äh, mit einer anderen Liga. Und zwar gehen wir mit Emre Can. In der Mitte gehen wir in der gleichen Liga natürlich mit Blaise Matuidi. Äh, rechts gehen wir mit einer ziemlich geilen Karte. Feier ich absolut. Und zwar mit Benta Kur. Ah, ne, Alter. Future Star. Scheiße, ich habe auf der linken Seite Pogba, also, ich habe Pogba aufgeschrieben, dann Rabiot und Draxler. Oh, geil. Mann. Wichtig, dicker. Glück, 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 Glück. Ja, sehr gut. Also, wir machen dann weiter und zwar die beiden Außenverteidiger. Let's go, Mann. So, Jungs, also, wir machen weiter und zwar die beiden Außenverteidiger. Ich halte jetzt mal rein. Auf der linken Seite bleiben wir, beziehungsweise gehen in die Bundesliga mit Halstenberg-Totz und auf der rechten Seite auf Undercover De Chilio von Juventus Turin. Jungs, ich wusste, dass sie das macht, aber ich habe Hector genommen und auf der rechten Seite Florenzi. Yes. Nein. Hippi-Ka-Yo, Alter. Nice. Nein, Alter. Das könnte ein kompletter Team-Bau werden. Ja, wenn nicht, ist Ripp, weil jetzt kommt dann die schlimme Position. Ach, du. Oder brauchen wir das davor auch nicht. Das ist ja auch egal, ne? Ja, gut, dann halten wir mal rein hier. Wir sind da ganz gut hier heute mit dabei. Vielleicht haben wir weiterhin Glück. Mal gucken. Bestverteidiger habe ich Daniel Alves. So, dann links habe ich Baba. Habe ich, Jungs, Baba. Geiler Mann, Alter. Wirklich. Okay, ja, cool. Dann kannst du beide behalten. Wir haben rechts Mariano, links Russell Young. So, Jungs, also wir machen dann weiter die letzten Positionen. Also die beiden Innenverteidiger unten, Torwart. Jetzt wird gesnipet erstmal, Jungs. Nö. So, Jungs, Mädels. Wir halten rein. Wir sind gespannt. Jetzt kommen die wichtigsten Positionen. Wir hoffen, wir treffen wenigstens ein bei dir. Wir machen weiter und zwar Innenverteidiger. Da habe ich den José Fonte, Totskarte, 91er Karte. Dann haben wir hier 87er, Jungs, 87er Karte. Und zwar Kim Pempe. Und im Tor habe ich, ich wollte da ein bisschen safe gehen, sage ich mal so. Und zwar Mandanda. Kannst du alle behalten. Wir haben Marquinhos, wir haben Militar und Ederson. So, ich schalte jetzt rein. Und jetzt wird schön gesnipet jetzt. Na klar. Ne. So, okay, wir fangen mal links an. Wenn du den hast, kriegst du einen Döner ausgegeben von mir. Auf jeden Fall. Und zwar den lieben Toro Nariga von Hertha BSC. Auf der rechten Seite nochmal Sujuwe, nämlich Bonucci, die Karnibalkarte. Und im Tor haben wir Ralle, Fährmann. Mann, Alter. Ich habe Kempel genommen, Skinner und Donnarumma. Könnt ihr wieder behalten. Ja, nice, Mann. Full Team. Abfahrt. Jetzt müssen wir aber auch rasieren hier beim Spielen. Nein, Alter. Mann. Na gut, dann lädst du uns ein und dann machen wir Party. Let's go. Jetzt wird es schön abgestoßen, Jungs. Geil, Alter. Cavani lächelt mich schon, Jungs. Ich lächle mich schön an. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück, Jungs. Ja, Mann, dir auch, dir auch. Nein, 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 nein. Ah, ja. Okay, wieso springt ihr denn trotzdem wie so ein Ball raus, Alter? Richtiger Göbel. Alter, was für ein Schuk? Nein, nein. Das war ja fast ein Cheat, Alter. Ruflich. Nein. Ich glaube, ich habe es auf, Ensch. Ich glaube, ich spielt nur so. Komm, Cavani. Entschuldigung. Es ist quasi ein Tor. Jetzt aber. Lauf doch dahin. Was macht der denn Ralle, Alter? Stark. Und Ruf. Geh rauf doch. Komm. Jetzt. Nein. Ja, jetzt. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Das ist Karma. Ja. Nein. Nein, lang. Oh, Mabilo. Oh, nee. Ja. Ja. Schieß doch. Ey, was passiert hier? Eine Pingpong-Veranstaltung wieder. Fast spannend. Ja. 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 QDH. Ja. 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 Oder wie das heißt. Ja, geil. Baller. Lö. 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 Lös. Baller. Lö. Lö. Lös. Ich muss jetzt hier gewinnen, Alter. Komm, Junge. Psyko. Push dich mal hier. Baller. Lös. Junge. Baller. Los. Dann misshandelt er erstmal eine Runde. Und dann... Was? Alter, was ist denn mit dem Quer, Alter? Der kann nicht gerade ausgucken. Stark, dicker. Stark, Junge. Nein, Mann, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich schwebe. Ey, ohne Scheiß. Was machen die denn die ganze Zeit? Kein Bock mehr, Junge. Komm dort. Jetzt kommt die Haare los. Was? Alles klar. Bitte. Abseits. Mach. Du bist so ein Opfer, Mann. Könnt man so vorliegen. Ehrlich jetzt. Sorry. Aber nicht so cool, der ja. Alter, Digga. Das war... Alter, du... Alter, du... Mein... Wieso sollst du da hinpassen? Wieso? Ich verstehe es nicht. Wohin schießt du, Digger? Wohin? Wohin? Ich rufe Kai an. Digger. Das ist... Als ob ich wirklich... Drei... Drei Finger in einer Hand hätte, Alter. Tritt weg, das Ding. Weg damit. Das Spiel ist so scheiße, Mann. Ab der 50. Hat man das Gefühl gehabt, die können nichts mehr, oder? Ohne Scheiße. Ich dachte, mein Controller ist kaputt, aber... Fieber ist kaputt, glaube ich. Akku alle. So, Moment. Okay, Jungs, ich bin ready. So, ein Pick. Ja. Gut, Claudia darf. Claudia darf diesmal, weil er zwei Tore geschossen hat. Abfahrt. Kurz und knapp. Wir nehmen den Stürmer. Stürmer. Heute mal Glück gehabt, Jungs. Kein Sierra. Auch zwar so, wie viel kostet der da ungefähr? Guck mal mal schnell. Guck mal mal schnell. Der kostet... Ja, ich hab mir 458.000 geholt. Und zwar, Fick hier. Er sagt Glück gehabt. Seine 88er Karte. Stoßen wir ab. Glück gehabt. 150 Kf weg. Glück gehabt ein bisschen. Easy, Alter. Ist doch... Also, ja. Ist in Ordnung. Ist nicht wie Ferdinand oder so. Oder keine Eusebio oder so, ne? Das stimmt. Das stimmt, ja. So, Jungs, um mir das. Also, das war's auch mit dem Video. Ich hab euch das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Checkt nochmal All in FIFA. Da haben wir auch was gedreht. Ja, ich bin raus. Tschüss. War geil. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschau. Tschüss. Tschüss. Musik